Hallöchen und Herzlich Willkommen zu einem weiteren kleinen Infovideo. Ja, ich habe die allererste Aufnahme mit Camtasia Studios hier. Ich teste mal, ob das besser ist mit den Desktop-Aufnahmen als Fraps. Und ja, es geht darum, dass ich bald noch sehr wenig Projekte habe. Und Crysis 2 habe ich mittlerweile auch fertig aufgenommen. Und wir können mal kurz schauen hier, wie viele Parts das hat. 43... Moment. Ja, 43 Parts. Wird Crysis 2 noch haben. Und ja, das heißt, es ist bald zu Ende. Minecraft wird ja auch bald zu Ende sein. Guild Wars 2 am 30. Part auch. Und Mists of Pandora ist ja schon zu Ende. Das heißt, ich habe jetzt noch 4 Projekte. Minecraft geht zu Ende. Da habe ich noch 3. Guild Wars 2 geht zu Ende. Da habe ich noch 2. Und Crysis 2 geht zu Ende. Sprich, ich habe noch 1. Und ich möchte eigentlich 2 Projekte pro Tag hochladen. Und jetzt bestimmt ihr den Nachfolger von Crysis 2. Es stehen 5 Spiele zur Auswahl, die ich euch natürlich auch vorgeben muss. Und diese 5 Spiele werden zu 100%, also von diesen 5 Spielen wird es zu 100% jedes ein Display geben. Egal, wie ihr jetzt dafür votet. Ähm, bevor ich euch die 5 Sachen vorstelle, will ich, dass ihr in die Kommentare schreibt, welches Spiel ihr wollt. Aber nur, ich will nur Kommentare sehen, mit welchem Spiel. Also sprich, ähm, ich nehme jetzt einfach ein Spiel, das hier nicht drin ist. Wir nehmen, äh, Darksiders 2. Wenn das zur Auswahl stehen würde, will ich einfach, dass ihr in die Kommentare schreibt, Darksiders 2. Nichts anderes. Alle Kommentare, die nichts mit der Abstimmung zu tun haben, werden sofort gelöscht. Das Ganze dauert bis am Sonntagabend. Und dann wird es dann nochmal ein Video geben mit der Rangliste der 5. So, ähm, natürlich zählt das alles ab heute Abend. Es ist jetzt wahrscheinlich dann circa halb 10 oder 10, wenn das hochgeladen wurde. Es kommt drauf an, wie das so mit, äh, Camtasia geht mit Rendern. So, und noch kurz zu gestern. Ich habe ja das Video hochgeladen, warum schaut ihr meine Videos nicht? Ja. Schauen wir uns doch mal an, wie viele Klicks es hat. Es ist jetzt mehr als 24 Stunden rum. Es hat 156 Klicks. 28 Likes. Warum? Ist es bei den anderen Videos nicht so, wie ich sehe. Crysis 2, 6 Klicks. Minecraft 20, geht ja noch ein bisschen. Gildos 2, 5. Borderlands 2, 4. Eure Aktivität ist noch schlimmer als sonst. Seit, ja, gut, es ist mir jetzt egal. Tut mir einfach den Gefallen. Und schaut doch die Scheiße an. So, kommen wir zu den 5 Spielen, die zur Auswahl stehen. Da hätten wir als erstes Pokemon Schwarz. Das würde ich dann mit einem Emulator machen, dem Death Moon. Und das würde ich auch mit Camtasia aufnehmen. Allerdings wird es wahrscheinlich ein bisschen Ränder haben, da es halt ein Emulator ist. Das wäre das erste Spiel. Das zweite ist... Spec Ops The Line. Würde nicht allzu lange gehen. Ein actionreiches Spiel. Ja. Ein Ego-Shooter, natürlich ein Third-Person-Shooter. Jo. Komm mal zum dritten Spiel. Das wäre... The Darkness 2. Auch ein Horror-Ego-Shooter. Das ist ein echt cooles Game. Ähm... Ja. Ich kenne... Also ich habe jetzt die Spiele, die ich vorstelle. Also die ich ja zur Auswahl stelle. Habe ich nie gezockt, ne? Es wäre alles blind. Und das ist jetzt... Das Farbschema wurde geändert. Das ist schön für dich, wenn das Farbschema geändert wurde. Es geht mir aber nichts an. So. Spiel Nummer 4. Red Orchestra 2. Heroes of Stalingrad. Das ist ein Spiel vom 2. Weltkrieg. Stalingrad verrät es. Ähm... Ich habe keine Ahnung, wie es ist, ob man jetzt aus der Sicht der Deutschen oder der Russen spielt. Man muss einfach Stalingrad entweder erobern mit den Deutschen oder verteidigen mit den Russen. Aber sicher, es hat auch ähm... äh... Geschichtliche Szenen. Originalszenen aus dem 2. Weltkrieg. Also es ist sicher spannend. Und... Da kommen wir zum fünften und letzten. Das wäre... Alan Wake. Und... Inklusive dem DLC Alan Wake's American Nightmare. Ja... Das war's eigentlich schon. Wie gesagt, in die Kommentare bitte nur für die Abstimmung mit dem Spiel, das ihr wollt. Und bitte nur ein Spiel aufschreiben. Die Abstimmung endet Sonntagabend um... Sagen wir mal 20 Uhr 00. So. Damit verabschiede ich mich mal. Ich hoffe, ihr votet schön. Und ich wünsche euch noch... Einen schönen Abend. Und morgen... Für morgen wünsche ich euch einen schönen Schaden ins Wochenende dann am Abend. Haut rein Jungs. Ich verabschiede mich. Tschüss. Tschüss. Scheintens... Und schon gut das passiert.